Hallo, ich bin Stefan Jägle aus Mittelbebrach und wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in ungefähr 30 Hektar Grünland und bewirtschaftet das mit meinem Partner zusammen, meiner Frau. Wir haben Rindfleisch direkt vom Markt da seit über 30 Jahren schon und haben Pferdepension mit einem Ofastall und haben noch ungefähr 30 Pensionspferde. Wir haben ein kleines Hoflädchen und haben eine Dosenwurst von unseren Rindern und eines vom Kuh, eines Bühler und noch Eier von unserem Nachbarn. Das gibt es bei unserem Hoflader als Selbstbedienung. Und wie wird das Fleisch dann vermarktet? Ja, unser Rindfleisch, den wir als OV-Bestellung vermarktet haben, mit gemischten Fleischpaketen. Und das machen wir immer von Oktober bis Anfang Mai, Ende Mai, je nachdem wie viele Rinder wir haben zum Schlachten. Und das wird es bei uns auch noch geben. Und das wird es bei uns auch einmal geben. Das ist bei uns auch einmal geben, die wir jetzt zum Beispiel in der Verkaufhung. Vielen Dank.